Schreiben ist individuell. Wir erleben den wissenschaftlichen Schreibprozess unterschiedlich. Manche starten damit, dass sie ihre Gedanken in Notizen und Skizzen festhalten. Sie schreiben oder zeichnen, wo und wann ihnen etwas einfällt. Die kreative Idee kann in unerwarteten Momenten kommen. Daher ist für sie das Notizbuch ein verlässlicher Begleiter. Wieder andere sind ganz vertieft in ihre Bücher, schreiben zunächst Exzerpte aus den Quellen und übertragen diese in einem nächsten Schritt in ihr Dokument am Laptop. Das heißt, für diese Schreibenden geht das Schreiben Hand in Hand mit dem Lesen. Andere können erst mit dem Schreiben beginnen, wenn sie wissen, wo es hingeht, wenn sie ein klares Ziel vor Augen haben. Um Klarheit und Fokus zu gewinnen, sortieren sie im Schreiben ihre Gedanken. Trotz Individualität gibt es bestimmte Phasen im Schreibprozess, die alle durchlaufen müssen. Das heißt, der Schreibprozess gliedert sich in Schritte, die man nicht zwingend in einer bestimmten Reihenfolge aber definitiv erledigen muss. Wie kann ein Schreibprozess nun ablaufen? In dieser Videoreihe gliedert sich der wissenschaftliche Schreibprozess in folgende Teilaufgaben. Erstens sich ins Schreiben einstimmen und Ideen entwickeln. An zweiter Stelle kommt Lesen, Recherchieren und Exzapieren, sodass das Gelesene in eigenen Worten zusammengefasst wird. An dritter Stelle entsteht eine Struktur, auf der der Text aufbaut. Der vierte Schritt kann sein, einen Rohtext zu schreiben. Dabei liegt die Betonung auf Roh, denn diese erste Fassung muss noch nicht perfekt werden. Erst im nächsten, fünften Schritt wird dieser Text zuerst inhaltlich und danach sprachlich überarbeitet. Als sechsten Schritt kann man sich für den Rohtext Feedback geben lassen, von KollegInnen, FreundInnen, von der Familie oder bereits von dem der BetreuerIn. An siebter Stelle steht eine finale Überarbeitung. In diesem Schritt wird Korrektur gelesen, sodass das Schreibprojekt abgeschlossen werden kann. Dann heißt es, den Text loslassen und den Erfolg feiern. Dieser Schreibprozess orientiert sich an den Darstellungen von Otto Kruse, Ulrike Scheuermann und Judith Wolfsberger. Diese Visualisierung des Schreibprozesses muss sich nicht zwangsläufig mit den eigenen, individuellen Erfahrungen decken. Manche beginnen überhaupt mit dem Lesen von Büchern, sodass sich daraus erste Ideen für die eigene Arbeit entwickeln. Manche lesen auch während des gesamten Schreibprozesses, vertiefen sich immer wieder in ihre Quellen und suchen gezielt nach Informationen. Das Lesen begleitet sie durchgehend und ist nicht mit Schritt zwei abgeschlossen. Die Reihenfolge des Schreibprozesses kann also durcheinandergewürfelt werden. Manchmal muss man zum Beispiel in der Überarbeitung, Schritt fünf, nochmal grundlegend die Struktur ändern und überdenken. Das heißt aber nicht, dass man in Schritt drei zurückfällt, sondern nur, dass es keine fixe, verbindliche Reihenfolge gibt. Und auch, dass bestimmte Arbeitsschritte wiederholt werden, weil sie Überarbeitungsschleifen benötigen. Versteht man Schreiben als Prozess, so kann man ihn leichter steuern und einen eigenen Ablauf des Schreibens entwickeln. Schreiben ist individuell und auch die Zugänge dazu sind von den Schreibenden abhängig. Dennoch gibt es geeignete Übungen, Techniken und Methoden, die uns bei der Steuerung des individuellen Schreibprozesses weiterhelfen können. In den nachfolgenden Episoden berichten Schreibtrainerinnen und Beraterinnen von persönlichen Herausforderungen schreiben und wie sie damit umgehen. Sie empfehlen bewährte Übungen, Techniken und Methoden zum Selbstausprobieren für ihr nächstes wissenschaftliches Schreibprojekt. Hier sehen Sie noch einmal die Literaturangaben dieser Episode. Lassen Sie sich in der nächsten Episode von Schreibtrainerin und Christine Hollosy-Beuger zu den Themen Ideen sammeln und Gedanken notieren inspirieren. Schreibtrainerin und